Schalke wie es singt und lacht, Kevin Kourani inmitten der blau-weißen Wand. Nach dieser überzeugenden Leistung scheint es mir erstmals in dieser Saison erlaubt zu sein, das Zauberwort von der Meisterschaft in den Mund zu nehmen. 1958 zuletzt Titelträger, 2001 Meister der Herzen und nun 2010 mit berechtigten Chancen ein neues blau-weißes Wunder zu fabrizieren. Und wenn Sie es nicht glauben wollen, dann hören Sie selbst Manuel Neuer, dem Geburtstagskind und seiner Flüstertüte zu.